Heute geht es in Berge im Porträt um einen Berg, den ihr alle auf einem Plakat, einem Bild oder in einem Film schon mal gesehen habt, aber bestimmt nicht viel mehr darüber hinaus über diesen Berg wisst. Heute im Berge im Porträt der Alpa Mayo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Berge im Porträt. Wenn euch Geschichten und Infos über spannende Berge dieser Welt interessieren, schreibt mir gerne Berge in die Kommentare, über die ihr so eine Folge mal sehen wollt und abonniert natürlich den Kanal. Kommen wir zum Alpa Mayo und der ersten Frage. Wo liegt der Alpa Mayo eigentlich? Der Alpa Mayo ist Teil der Cordillera Blanca, einer Gebirgskette in Peru in Südamerika. Die Cordillera Blanca ist mit ihren 50 Gipfeln eine recht große Bergkette. Und der Alpa Mayo geht in dieser, zumindest was seine Höhe betrifft, fast schon unter. Doch da der Alpa Mayo schon vor langer Zeit entdeckt wurde, kann man sagen, dass das mit der Höhe auch gar nicht so einfach war. Gehen wir ein Stück in der Zeit zurück. Der Alpa Mayo wurde das erste Mal von Hans Kinzel und Erwin Schneider fotografiert und dokumentiert. Vor allem Erwin Schneider als Kartograf und damit Experte für die Vermessung von Land und Berg, war damals als erster Vermesser der Meinung, dass die Höhe bei etwa 19.800 Fuß liegen sollte. Für die einfachen Möglichkeiten im Jahr 1939 war diese Schätzung nach heutigem Wissen schon ziemlich stark. 1951 gab es dann eine französisch-belgische Expedition, die den Gipfel besteigen wollte. Sie behaupteten, nach ihrem Misserfolg, der Berg wäre 20.080 Fuß hoch. Also statt der ersten Schätzung von 6.035 Metern sogar 6.120 Meter hoch. Doch akkurate technische verbesserte Messungen aus den 50ern bestätigten letztlich eine Höhe von 5.947 Metern, die auch bis heute so feststehen und ihm damit den 6.000er Status entzogen haben. Die berühmteste Tatsache am Alpa Mayo ist vermutlich sein Aussehen. 1966 wurde der Alpa Mayo bei einem Fotowettbewerb zum schönsten Berg der Welt gekürt. Eine Meinung, die sich viele Bergsteiger der Welt teilen. Doch wechselt man die Perspektive oder bemüht eine Landkarte, wird man schnell merken, dass seine Form eindrücklich, seine Darstellung aber, sagen wir mal, optimiert wird, um ihn bombastisch darzustellen. Denn tatsächlich ist der Alpa Mayo eigentlich vielmehr ein kleiner Nachbar des etwas größeren Kitaraju. Dieser ist 6.036 Meter hoch und damit ein Stück höher und im Profil fällt das natürlich auch auf. Natürlich bleibt der Alpa Mayo, auch wenn er nur der kleine Bruder ist, eindrucksvoll. So eindrucksvoll, dass seine Erstbesteigung nicht nur eine französische Expedition anlocken sollte, sondern das Interesse vieler Nationen weckte. Im Jahr 1948 wagte sich eine Schweizer Expedition zum Alpa Mayo. Lauterburg, Schmidt und Sigrist waren bereits am Nordgrad, als sie bemerkten, dass dieser stark überwächtet ist. Aber als sie das bemerkt haben, war es schon zu spät. Unter den drei Männern bricht eine riesige Wächte mitten am Grat ab. Sie stürzen in die Nordwestflanke ab und wie durch ein Wunder überleben alle drei unverletzt und nicht einmal verschüttet durch die Schneemassen. Die Expedition wurde abgebrochen, da es aussichtslos und zu gefährlich erschien. Doch die komplette Dokumentation der Expedition wurde letztlich kostenlos veröffentlicht, sodass andere Expeditionen die Erkenntnisse bereits vor der Abreise aufgreifen und nutzen konnten. Drei Jahre später war es also wieder soweit. 1951 versuchte eine belgische Expedition erneut den Nordgrad und wich dabei aufgrund der gleichen schwierigen Bedingungen immer wieder kletternd in die Nordwestflanke aus. Und tatsächlich, durch geschicktes Umgehen der gefährlichsten Teile gelang ihnen die Ankunft auf einer Kuppe, an der es in alle Richtungen nur noch bergab ging. Sie mussten also auf dem Gipfel stehen. Mit einwandfreier Sicherheit konnten sie das aber nicht sagen, denn bei ihrer Ankunft war es bereits dunkel. Nach dem Abstieg dokumentierten sie. Zuletzt wurden unsere Träume wahr und der Alpa Mayo lag uns erobert zu Füßen. Brisantes Detail, später konnte rekonstruiert werden, dass die belgische Expedition den Gipfel um 60 Höhenmeter verfehlte. Außerdem fehlten ihnen eine, in einer Traverse, stolze 180 Meter. Sie standen nämlich nicht auf dem Gipfel, sondern nur auf dem Nordgipfel. So blieb die offizielle Erstbesteigung also weiterhin ein frommer Wunsch statt stolze Realität. Im Juni 1957 machte sich dann erstmals eine deutsche Seilschaft auf zum Alpa Mayo. Günther Hauser, Bernhard Huhn, Frieder Knaus und Horst Wiedmann. Doch sie haben eine ganz andere Idee verfolgt. Die Nordgrad-Idee schien ihnen zu schwierig, zu gefährlich, schwer einzuschätzen. Der Südgrad hingegen hatte einen leichteren Zustieg, war aber ebenso gefährlich und schwierig wie der Nordgrad. Diese beiden Routen nahmen sich also nicht viel, mit einem gewaltigen Unterschied. Der Südgrad führte direkt zum höchsten Punkt des Berges. Keine lebensgefährliche Traverse, keine Ungewissheit bezüglich eines Gegenanstiegs oder eines nur theoretischen Gipfelerfolgs. Wenn man ganz oben war, dann war man definitiv ganz oben. Der Expedition gelang es in einem ähnlich nervenaufreibenden Abenteuer, wie einige Jahre zuvor schon den Franzosen, Belgiern und Schweizern, nur eben auf der anderen Seite des Berges, den Gipfel wirklich zu erreichen. Die Erstbesteigung am 17. Juni 1957 war somit vollbracht. Hauser sagte später selbst über die Besteigung, Ein Traumberg erhebt sich über den Tälern der nördlichen Cordillera Blanca, wie ihn nur Kinder zu zeichnen wagen, die noch nie einen Berg gesehen haben. Das ist der Alpamayo, nicht Traum, sondern Wirklichkeit. Von der einen Seite sieht man ihn als ebenmäßige Pyramide im Porstein, deren Schenkeln mit riesigen Wächten behangen sind. Das andere Gesicht des Alpamayo, die trapezförmige Südwestwand, ist noch schöner. Durch das Zusammenwirken der fast senkrecht herabbrennenden Tropensonne am Mittag und der aufsteigenden feuchten Luftmassen aus dem Urwald, wurde die Wand mit feinem Riffelfirn überzogen. So sieht der Berg von dieser Seite wie eine weiße Kathedrale aus. Das kann man definitiv so stehen lassen, wenn man sich diesen Berg so anschaut. Doch eine Geschichte war natürlich noch offen. Die Geschichte des Nordgrats. War es wirklich unmöglich, vom nun bereits bestiegenen Nordgipfel aus den bestiegenen Hauptgipfel zu erreichen? Diese Frage ging einer großen Expedition rund um den Bergsteiger John Emmett im Jahr 1966 nach. Die Besteigung wurde ebenfalls akribisch dokumentiert und letztlich ließen sich die Strapazen und Probleme der Belgier auch sehr leicht rekonstruieren. Der letzte Übergang erforderte gute Bedingungen, gute Ausrüstung und auch Fixseile, zumindest für diese Expedition. Im Zusammenspiel dieser Faktoren gelang es ihnen aber letztlich die, wie sie selbst beschreiben, gefährliche und heikle Traverse zu bezwingen. Und wisst ihr, was das wirklich Absurde an all den Geschichten rund um die großen Besteigungen des Alpamayos ist? Na? Richtig, keiner der beschriebenen Wege wird heute noch häufig begangen. Keiner dieser Wege wurde der Normalweg. Es hat nochmal fast 10 Jahre gedauert, bis ins Jahr 1975, bis tatsächlich ein einfacher, also einfacher Weg auf den Alpamayo gefunden wurde. Also natürlich so einfach, wie ein Weg auf, ja, so ein Monstrum eben letztlich sein kann. Der, zumindest in Italien, berühmte Bergsteiger Casimiro Ferrari schaffte es im Jahr 1975 über die heute berühmte Ferrari-Route auf dem Gipfel des Alpamayos. Doch warum erst zu spät? Warum ist das heute der einfachste Weg? Dazu muss man wissen, dass das Bergsteigen bis in die 70er Jahre immer eine Sache der Grate war. Das Risiko war immer am besten einzuschätzen, vor allem an den höchsten Bergen der Welt, sodass dieser Stil auf viele Berge angewandt wurde. Die Flanken der Berge waren selten das Beobachtungsobjekt von Erstbesteigern dieser Zeit. Doch mit den 70ern kamen auch Bergsteiger, die mit der verbesserten Technik des Steileis besser unter Kontrolle hatten, sodass letztlich dann die Flanken immer interessanter wurden. Mit Casimiro Ferrari war am Alpamayo damit in der Südwestflanke eine relativ direkte Linie auf dem Gipfel entstanden, die noch dazu in den objektiven Gefahren besser als die Grate dastand, zumindest zum damaligen Stand. Bis heute ist die Ferrari-Route die typischerweise einzige Route, die Bergführer und Agenturen auf diesen Berg führen. Denn wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist eine solche Schönheit von Berg von einem gewissen Andrang natürlich nicht verschont geblieben. So gibt es heute zahlreiche ausländische und lokale Agenturen, die auf den Gipfel des Alpamayos, den schönsten Berg der Welt, führen. Leicht ist die Route natürlich immer noch nicht, doch mit der Unterstützung von Bergführern signifikant einfacher. Gerade im Abstieg unterstützen die Agenturen mit eingerichteten Abseilständen und viel weniger technischem Aufwand und Know-how, als wenn man das quasi auf eigene Faust machen würde. Ob der Alpamayo am Ende des Tages wirklich der schönste Berg der Welt ist, das ist natürlich subjektiv. Was nicht subjektiv ist, ist die Erhaltung dieses Kanals. Diese Videos sind wirklich aufwendige Recherchen, deshalb ist es sehr wichtig, dass es die Unterstützung durch euch via Paypal oder anderweitig gibt. Schaut unten in der Videobeschreibung im ersten Link vorbei und wenn ihr etwas geben könnt, dann bitte unterstützt diese Arbeit. In diesem Sinne, wenn euch diese Videos gefallen, gerne einen Daumen hoch geben und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!